Die Öffnung der Wissenschaft ist halt ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil es gibt den ganzen Alternative Facts und Verschwörungstheoretiken natürlich auch Angriffsfläche, weil halt die Wissenschaft ein Stück weit dadurch natürlich auch entzaubert wird. Es ist nicht mehr dieses unantastbare, die Wahrheit liefernde Konstrukt, sondern es ist unsere beste Annäherung an die Wahrheit, welche immer Unsicherheiten drin hat. Und wenn man mit diesen Unsicherheiten offen kommuniziert, gibt es natürlich auch Angriffsflächen. Aber ich denke, langfristig kann die Wissenschaft davon eigentlich nur profitieren und einen gewissen Prozentsatz an Leuten, die halt einfach faktenresistent sind, damit muss man halt leben. Die neue Situation ist einfach, es öffnet sich alles, die Kommunikationskanäle sind offen. Jetzt müssen wir uns halt überlegen, wie kommuniziert man Wissenschaft in diesem Umfeld. Weil das Umfeld ändern können wir nicht, sondern wir müssen halt unsere Mittel und Wege auf diese neue Situation einstellen. Und ich persönlich finde es eigentlich gut, dass es offener wird. Ich meine, Wissenschaft soll auch für alles sein. Wissenschaft findet ja im Auftrag der Gesellschaft auch statt. Das ist ja super eigentlich, wenn mehr Leute einbezogen werden können. Weil man muss halt einfach, wie bei allem, es gibt Chancen und Risiken und man muss halt mit denen umgehen. Ich habe das Gefühl, dass man die Risiken am besten mit mehr Kommunikation, beziehungsweise mit persönlicher Kommunikation angehen kann. Und halt auch sich mehr darüber Gedanken machen muss, wie geht es den Leuten im Wissenschaftsbetrieb selber. Weil wenn halt viele Doktoranden, die in Labors gearbeitet haben, am Ende des Doktorats rauslaufen, wenn ich will, mit Wissenschaft nie mehr was zu tun haben. Weil das war eine drei Jahre Sklavenarbeit unter unmenschlichen Bedingungen und alles ist eh nicht ganz so koscher, weil es einfach auf Publikationsindex getrimmt wird. Dann sind das relativ wichtige Kommunikatoren und solche Faktoren muss man sich halt auch noch mehr bewusst sein. Und früher war das halt dann, naja, das waren dann individuelle und heute können die sich dann halt durchaus auch negativ in den ganzen Prozess einbringen und sie nicht einfach isolieren. Und von dem her denke ich, dass man über eine Verbesserung des Klimas im Wissenschaftsbetrieb selber, über eine Verbesserung der tatsächlichen Funktionalität des Wissenschaftsbetriebes auch nochmal mehr erreichen kann, weil eben das stellt halt einfach, früher war das halt einfach Fakt. Die Wissenschaft hat halt so funktioniert, die Ergebnisse kamen raus und sonst nichts. Und jetzt kommt halt auch mehr ans Tageslicht da und jetzt muss man halt teilweise schon auch dann die Strukturen der Wissenschaft selber vielleicht mal angehen. Eine Herausforderung für die Wissenschaftskommunikation ist wirklich die Struktur der akademischen Karriere. Eben, dass es halt überhaupt nicht, also in den meisten Fällen überhaupt nicht förderlich ist, dass man sich da engagiert, weil da einfach Zeit weggeht. Der akademische Markt ist extrem kompetitiv. Also es gibt halt wenige Stellen, wenige Doktorandenstellen, beziehungsweise da noch relativ viel. Die Postdocs, also die, die nach dem Doktorat halt wirklich den größten Teil eigentlich der Forschungsarbeit leisten, gibt es auch noch okay viele Stellen, aber dann wirklich permanente Stellen, wo man dann halt irgendwann mal auch ankommen kann, gibt es halt relativ wenige. Das heißt, eine normale akademische Karriere besteht eigentlich daraus, dass man mal seinen PhD macht und dann zehn Jahre lang, all zwei Jahre, von einer Stelle zur nächsten hetzt und sich permanent wieder bewerben muss und natürlich auch permanent den wissenschaftlichen Output liefern muss, also halt Paper, 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 weil das ist das, was in erster Linie berücksichtigt wird bei Stellenbesetzung. Und ja, da ist für die Wissenschaftskommunikation, die Zeit geht halt an der eigentlichen Forschungszeit verloren. In den Medien sieht man Stephen Hawking und noch fünf Nobelpreisträger und that's it. Aber da halt die Großteil der wissenschaftlichen Arbeit wird halt nicht von diesen wenigen Stars gemacht, sondern von der ganzen Armada an Doktoranden, Postdocs und so weiter und so fort, und wie eigentlich kann man so mehr einbinden bzw. dass halt Leute auch mal mit einem Wissenschaftler reden können. So, wie sieht denn Forschung überhaupt aus? Wie macht man denn sowas überhaupt? Wie sieht eine Studie überhaupt aus? Und nicht einfach nur, hier ist das tolle Posteresultat, das wir haben, das hat einen Nobelpreis gekriegt, alles korrekt, sondern halt wirklich auch den Leuten über den Prozess der Wissenschaft zu erzählen. Also wie wird Forschung konkret gemacht? Wenn man halt darüber redet, wie viele Versuche man gemacht hat, bis endlich mal einer funktioniert hat oder wie viele Rechnungen halt einfach nicht funktioniert haben, bis man mal ein Problem gefunden hat, das man lösen konnte. Das ist etwas, das ist nicht für die Print-Sachen, sondern das ist halt etwas, da braucht man dann eigentlich fast einen direkten Kontakt mit den Leuten. Da muss man mit den Leuten reden über ihren Arbeitsalltag. Und das sind dann eben so Formate zum Beispiel können, also diese direkten, diese Pub-Nights und so zum Beispiel, können da den direkten Austausch nochmal fördern. Und das fördert dann natürlich auch das Verständnis, dass halt Wissenschaft ist nicht einfach ein Zaubermittel. Dass so, ich brauche jetzt ein neues Medikament und sage, es kommt ein neues Medikament. Es ist halt ein sehr langwieriger Prozess mit sehr vielen Negativresultaten. Meine Motivation für die Wissenschaftskommunikation ist schon in die Richtung, dass ich schon immer einen relativ breiten Fokus hatte und ein relativ breites Interesse in gesellschaftliche Prozesse, in Politik und was so abläuft. Und da halt wirklich auch die Zusammenhänge sehe und ich halt die Wissenschaftskommunikation wirklich wichtig finde, schlussendlich, ich habe ja vorhin auch mal gesagt, wir sind privilegiert im Sinn von, wir können tun, was wir lustig finden in unserer Arbeit. Und dieses Privileg wird uns durch Steuern, Steuergelder ermöglicht. Und schlussendlich gehört entsprechend für mich die Kommunikation irgendwo auch aus dieser Motivation zur Selbstverständlichkeit, dass ich das, was ich mache, halt den Leuten auch näher bringen will. Also halt den Leuten zeigen, weshalb das toll ist, was wir machen und weshalb das wichtig ist, auch wenn vielleicht das, was ich jetzt mache, die nächsten 100 Jahre keine Anwendung haben wird. Oder wahrscheinlich von, oder andersrum, von den Sachen, die Leute machen, die ähnliche, auf einer ähnlichen Grundlagenebene arbeiten wie ich, wird wahrscheinlich in den nächsten 100 Jahren etwas relevant sein. Also als Einstein seine allgemeine Relativität aufgeschrieben hat, da hat niemand jemals daran gedacht, dass sowas für GPS von Nutzen sein könnte. Und heute würde man, würde kaum mehr jemand seinen Weg finden ohne GPS. Und das ist halt so, immer so das Posterchild für die Grundlagenforschung, oder wo man halt sagen kann, ja, da aus was komplett Abstrakten, plötzlich hat man halt sowas wie GPS, aber natürlich ist das eins in 100.000 Resultaten. Aber das Problem ist halt, dass man halt jetzt nicht sagen kann, welches dieser 100.000 Resultate in 100 Jahren dann halt so eine Anwendung haben wird. Und entsprechend finde ich es halt schon, finde ich es halt wichtig, weil wir finanziert werden von der Allgemeinheit, dass wir auch gegenüber der Allgemeinheit kommunizieren, also dass wir halt mitteilen, was wir machen. Und es geht natürlich da auch ein Stück weiter um, dass man eine gewisse Begeisterung für die Sache überträgt, dass man, dass man halt den Leuten mitteilt, dass das wirklich cool ist, was wir machen, weil ich finde es ja auch wirklich geil, dass ich, ich teile das ja auch gerne mit, weil ich es faszinierend finde, was wir machen, weil ich es wirklich spannend finde und das halt entsprechend auch gerne erzähle. Also dieses einfach auch erzählen wollen, was man macht, ist natürlich sicher auch mit einem Motivationsgrund, sich damit auseinanderzusetzen. Vielen Dank.